Moin Moin, meine Lieben, hallo und herzlich Willkommen zu Vega Buildings. Als allererstes möchte ich mich natürlich nochmal bei euch entschuldigen dafür, dass derzeit auf diesem Kanal nicht so viel O's ist. Das wird auch noch ein bisschen kurz so weiter gehen, ehe weitere neue Spielevorstellungen und andere tolle Sachen entstehen und hier gezeigt werden. Denn derzeit habe ich zeitlich, vor allem auch wegen Weihnachten und alles was dazu gehört, einfach nicht die Zeit, die Müse und alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das heißt, vor allem in Bezug auf, dass hier auch ein Welpe durch die Gegend läuft und der Erziehung braucht und ich arbeite und Privatleben habe und natürlich auch andere Sorgen, kann es einfach derzeit nicht anders klappen. Das möchte ich einfach, dass ihr das weiterhin im Hinterkopf behaltet und mich versteht. Das ist mir sehr wichtig. Okay, und da ich weiß, dass ihr da kein Problem mit habt und das auch macht, sage ich da auch schon mal ein dickes Dank an euch, wo ich gar keine großen Diskussionen mit euch führen, ihr seid ja eh klasse. Was ich gemerkt habe zum Beispiel ist auch, dass die Aktivität bei Veier Billions von euch steigt. Also ihr habt richtig Interesse auf das Spiel bekommen. Ein paar Leute haben gesagt, ey, der Schenne ist doch tot. Nee, ist er nicht. Der ist nicht tot, der auf diese Idee kommt. Nein, so ein Quatsch. So, aber wir machen jetzt mal was anderes. Wir erforschen jetzt mal die... Ah, wegen Energie, Nahrung. Gucken, ob ich hier noch irgendwo einen Jäger bauen kann. Ja, wenn und vielleicht hier tatsächlich. Da. Da. Ach ja, und ich habe die ersten zwei Folgen von The Witcher gesehen und bin begeistert. Begeistert, wie seht ihr das? Wie die Serie auf Netflix euch schon angeguckt teilweise oder schon ganz? Nicht spoilern, aber ich finde die Serie super. Okay, also wir brauchen hier Truppen. Ich will den Dicken da unten besuchen. Ich will mich ganz Süden einmal durchschlagen. Denn in ein paar Tagen gibt es irgendwie wieder ein Angriff auf uns, auf unsere tolle Siedlung. Und das müssen wir irgendwie bekämpfen, irgendwie müssen wir dagegen angehen. Und diese Rohstoffe brauche ich. Vor allem die Steine. So, wir wollen ein bisschen hier schwarz machen. Oh! Okay. Ich schreibe ihn auf alle einen. So, wir können auch uns ein bisschen mehr... Ah, wir haben eigentlich recht gute Werte gerade. Von hier oben kommen halt auch immer wieder welche. Wir brauchen Steine. Hm, hier wäre auch nicht schlecht, wenn wir die Ortschaft platt machen. Aber hier unten ist nur der Große, also ich muss hier eigentlich den Bereich klären. So ein richtiger Mix-Truppen aufgestellt, weil wir einfach hier weniger Ressourcen haben. Und es ist echt schwerer, es hier zu bestehen. Der letzte Schwarm kam von hier, kam von dort. Da bin ich mal gespannt, woher der nächste Schwarm kommt. All right. Oh, the humans! Come on! Understood. I will kill our enemies! Let's go. Here we come! Attention, at your service. I'm waiting on orders. Great idea, sir. Perfect. Guck, ob's hier durchgeht. Okay, mitmachen. Any orders? Is everything okay? Boah, was schlummert denn da unten alles? That will be easy. Attention, building completed. The walls are under attack. Order, sir. Train with the price of the station. All the body! Any orders? Understood. They are trying to break through. Das ist grad'n Problem, hm? Do you need any attention? Building completed. Our defenses are being attacked. Bander. Bander? Order, sir. They are attacking the colony defense. Waiting on orders. Order for duty. Wir müssen jetzt hier unsere Verteidigung hinberichten. Sorry, sir. Under attack. I was cleaning my weapon. Cool. Krasse. Auf der Seite. They are trying to break through. So. So. Our defenses are being attacked. All the way. Attention. Building completed. The train has arrived at the station. Okay. Okay. Building completed. Wir brauchen Arbeitskräfte. Unbedingt. Arbeitskräfte sind super wichtig gerade. Wir brauchen auch viel mehr Steine. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Ich hab keine Ahnung, woher die Truppen kommen. Die Energie wird auch... Jetzt sind wir wieder an den Punkt angekommen, den ich immer hasse. Wenn es an Energie mangelt und an Arbeitskräften. Hier ist nämlich noch eine offene Lücke, wenn die von hier durchlaufen. Wäre das ein Problem, weil dann hätten sie den Baragutek, könnten wir wieder aufbauen. Aber dann wären sie halt schnell in der Holzmauer. Äh, ich weiß nicht. Ja, mit den Arbeiter muss ich jetzt tatsächlich dann ein Kraftwerk bauen oder ein paar Mühen. Mühen, weil die kosten keine Steine. Der Tren hat in der Station erreicht. So? 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 Just tell me what to do. Für die Menschen! Attention, building completed. Attention, building completed. Jetzt fehlt doch noch Nahrung. Ich bin gespannt. So, haben wir noch irgendwo eine Holzmauer nach außen? Ich glaube nicht, nee. Wir haben nur eine einfache Steinmauer hier. Das kann ein Problem geben, vielleicht baue ich hier noch eine. Und Kressourcen hätte ich dafür. So. Ready and waiting. Jetzt produzieren wir wenigstens mehr Steine langsam. Just guide me to the infected. Orders, Sir. Do you need me? Any orders? Commander? Perfect. I will kill our enemies. All the way. Ja, soweit. Attention, building completed. Vom Westen kommen sie. Do you need me? All right. Just tell me what to do. For the colony! They are attacking the colony defenses. Do you need me? Understood. The train has arrived at the station. Nein, der Dicke bewegt sich. Nein. Bitte nicht. Nein, der steht vor den Türen. Okay, von dort kommen sie. Dann können die echt hier oben drauf branden. Oh, dann haben wir ein Problem. Also. Also. Just guide me to the infected. Das ist jetzt ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem. No, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Es ist eine Idee. Ich verstehe noch ein Problem. Das ist ein Problem. Was ist sonst sie, denn da ist das? Das ist ein Problem. Shit. Shit. Ich hoffe, das schaffen wir. Horde ist abgewehrt. Okay. Hier ist viel mit hochgekommen. Entschuldigung. Entschuldigung. Das wird leicht sein. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Okay. Okay, geschafft. Okay, das war heftig. Das war wirklich nicht ohne. Ich hab doch nie gedacht, dass wir so krass unterschiedliche Verteidigungssysteme bauen müssen, damit wir das hier überhaupt hinkriegen. So, Nahrung ist hier relevant, Arbeitskräfte gerade nicht vorhanden. Ah, diese Wespen sind der Klasse. Ne, wir gehen ganz Süden und räumen auf. Und auch hier oben haben wir einen Ausfall. Also, wir gehen ganz Süden. Hier dürfte kein Dorf sein, eigentlich. Hier ist einfach nur eine Riesenmeute. Reicht nicht. Die Truppe reicht echt nicht. Krasse, ey. Wir brauchen mehr. Wir haben so wenig Arbeitskräfte. Beidegung. 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 Das ist ein guter Tag, wenn man einen Böden durchsuchen kann. Los geht's. Wie ein Schneck mit einem Brot. Es ist ein schönes Tag, um zu sterben. So. Wir brauchen halt viel mehr Gold. Die Enklavien muss weg, dann habe ich die ganze linke Hemisphäre, die kann ich dann sauber machen. Alter, ich bin erschreckt. 760, 800 haben wir jetzt schon. Über 800. Echt gut Gold gerade, da ist es wichtig. Ähm, ich würde sagen, die Gießerei ist nicht schlecht zu erforschen. 5000, kann ich hier noch noch ein bisschen erforschen? Könnten wir tatsächlich noch mal unsere Steinproduktion erhöhen? Oder? Geht nicht, ne? Nee, ich komme hier nicht mehr ran. Dann Eisen. Eisen kann man gut verkaufen. Oh, gut. Okay, wir werden gleich spätisch. Boah, die machen das gut. Geht nicht. Billion ist zeitig. In den letzten Jahren zu erzeugen. Also, es war es nicht. Oh, das war ja. Los geht's! Das könnte klappen. Wir rücken gut vor. Das Schöne ist, jetzt sind sie in einem schmalen Bereich hier. Das kriegen wir die, glaube ich, sogar nicht mehr. Ja. Also wir haben sie auf so einem Schlauch getrieben. Sorry, Sir. I was cleaning my room. The technology research video. Faster than my bow. Reporting for duty. So many targets. The rules are under attack. All right. Das ist. They are trying to break through. Ah, das machen die Terminal. Oh, wir haben die, oh, wir haben die fertig. Wundervoll. Also mehr als ich alle zu kalt mache, können wir gar nicht, ey. Das ist heftig. Steht euch mal vor, in der letzten Welle kommt das alles auf uns zu. Oh. Our defenses are being attacked. Corners, Sir. Understood. Last night I dreamt of brains exploding. Is everything okay? For the colony. Let's go. Do you need... Gut, vorne hapert es an der Nahrung. Ah, die machen das gut. Jetzt sind wir auf drei Spuren-Symbels hier unterwegs. Wir können hier vielleicht wirklich alles kalt machen, was uns irgendwie stört. So, wir haben es geschafft, dann da mal hin. Oh, wir haben die linke Seite fast. Diesen Bereich hier. Oh, das müssen wir nutzen. Yes, es ist etwas zu tun. So, hier hoch. Gebäude müssen jetzt ready sein. Gibt es jetzt einmal hier Schutz. Wer weiß, wie die Wellen irgendwann kommen. Die kosten ja nichts hier, die Sachen. Das müssen nicht auf Dauer. Aber keine Betriebskosten. Und hier treiben wir sie jetzt in die Enge. Ach, wie schön. Waiting on orders. I need to explode this call. Understood. Building completed. Yeah. I will kill our enemies. Ready and waiting. For the colony! For the colony! Units under attack. Units under attack. tenía el Donald Trump. Units under attack. Units under attack. Units under attack. Units under attack. Was ist das? Was ist das? Commander, building completed. Any orders? Let's go. The train has arrived at the station. Ja, ich möchte hier erstmal eine Beteiligung hochziehen. So. Schauen wir mal, ob es hier oben weitergeht. Das sind echt unendlich viele Wege. Aber jetzt produzieren wir richtig viel Kohle. Äh, richtig, also Gold. So, dann können wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen unsere Häuser weiter ausbauen. Das fehlt jetzt. Energie fehlt. Das ist diesmal jetzt kein Problem. Any orders? Just guide me to the infected. Attention, building completed. Nice target. Commander? Okay. Just tell me what to do. Attention, technology research finished. Okay, jetzt haben wir den Bereich auch gleich fertig. Schade. Of course, my commander. Attention, building completed. Schade. Schade. Okay, wir können hier auch viel mehr abbauen. um an Rohstoffe zu kaufen. Um an Rohstoffe zu kommen. Just tell me what to do. Attention, building completed. Who are you that? Attention, building completed. Let's go. Attention, building completed. Na langsam macht das schon mehr her, was wir hier haben. Beidee, die Beidee, die Beidee. Oh, wir alle auf einmal umfallen. Herrlich. So, hier oben ist die nächste Siedlung. Auch die muss weg. Nice guy. Yeah. Let's go. Let's go. Right back. Right behind. Yeah. Waiting on orders. Wait for duty. Ah, mit diesen Truppen können wir es echt säubern. Richtig kleine Säuberung, die wir jetzt hier durchführen. Richtig kleine Säuberung, die wir jetzt hier durchführen. Richtig kleine Säuberung, die wir jetzt hier durchführen. Da kommt jetzt ein Mutant. Doch nicht. Ich glaube, den kriegen wir auch so. Bring them on! All right, so schwer. Richtig kleine Säuber. Richtig kleine Säuberung. 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 Hier ist auch sehr anfällig. Richtig kleine Säuberung. 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 Schon wieder vom Westen. Mal gucken, woher die jetzt kommen und danach ist dann die Folge auch vorbeifahrt. Und dort kommen die, dann kann es echt sein, dass die hier drauf branden, auf die Seite. Ja, dann ziehe ich die schon mal runter. Das ist nicht schlimm. Wir branden hier drauf. Ja, dann werden sie sehr gut empfangen. Ich glaube kaum, dass die hier oben reinrennen. Oder? Kann wirklich sein, dass die den Schienen folgen. Wer hätte damit gerechnet? Ja. 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 Es ist gut. Hier ist gut ouvert. Und zwar nächstes Mal wieder, dann mache ich die andere Ortschaft platt und wir sind derzeit gut dabei. Mal gucken, was passiert. Wir müssen durchhalten bis 143 Tage. Eine lange Mission. Okay, bis bald. Tschüss.